Unter der Ökonomie der Menschlichkeit verstehe ich ein wohlwohnendes Miteinander im Wirtschaftsleben. Beide Seiten sollen Gewinner sein bei einem Geschäftsabschluss. In der Preisgestaltung gehen wir fair miteinander und für jeden soll ein Gewinn übrig bleiben. Gerade im Bankbereich haben wir öfters mit schwierigen finanziellen Situationen von Kunden zu tun. Darum müssen wir als Bank Kompromissbereitschaft sein. Wir müssen auf Lösungen aussehen. Ich bin überzeugt, es führt uns langfristig zu besseren Beziehungen untereinander, zu unseren Kunden, aber auch der Unternehmen insgesamt. Ja, und das versuchen wir täglich in unserem Tun zu leben. Ich bin überzeugt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!